So, willkommen zu einer neuen Folge auf meinem Kanal Ramses der Dicke, gerade war noch Premiere drauf von Ramses und Hannes testen Alge to go, habe ich mit der Genaya geguckt, die sitzt auch hier auf dem Sofa im Hintergrund, hallo Genaya, so, das Maskottchen habe ich vergessen, das muss ich noch einblenden, das ist nämlich das Oktober Maskottchen, wir wollen jetzt gleich noch raus schnell ein Raid machen, den haben wir in die Raid Gruppe gepostet für 20.39 Uhr, es ist 20.18 Uhr, habe ich gesehen, sind nochmal 20.30 Uhr, Newstar, ich muss immer kurz Luft holen, habe nämlich Husten, war beim Arzt, muss jetzt Spray nehmen, alles richtig heftig, es kommt wieder mal alles zusammen, bereitet euch auf einen Rauchtag vor, der es in sich hat, Pionsgora und Käfer-Pokémon sowie Gift-Pokémon stehen dabei im Mittelpunkt. Äh, Pinsir, finde ich cool, weil, wegen Mega-Entwicklung und so Zeug, Pionsgora, es ist shiny cool auf jeden Fall, aber, ich weiß nicht, macht man damit was? Ich bin ja jetzt nicht so in der GBL vertreten, deswegen kenne ich mich da nicht aus, der Rauchtag findet am 21. Oktober von 11.00 bis 17.00 Uhr statt, das sind volle 6 Stunden. Pokémon des Tages, Pionsgora wird von Rauch angelockt, es besteht eine erhöhte Chance, einem schillernden Pionsgora zu begegnen. Auf dem Main hatte ich die Familie Fall, ich glaube, wenn der Habanero ein Schillerndes bekommt, entwickelt er das einmal, schickt es dann weg, weil, ich brauche halt Platz. Ich habe in letzter Zeit fast alle Scheinigs weggeschickt, die der Habanero hat, es ist echt ein, wenn du einen Free-to-Play-Account dann machst, ohne dass du Itemplatz hast, Beutelplatz, alles andere, dann sammelst du einfach gar nichts mehr. Nur noch was, womit du einen Raid-Boss bezwingen kannst und der Rest ist einfach hinfällig, es ist ein ganz anderes Spielprinzip, Spielerlebnis. Event Boni, Rauch lockt mit größerer Wahrscheinlichkeit Pionsgora an, es besteht eine höhere Chance auf schillernde Pionsgora, es stand ja oben alles schon dabei. Während des Events wird die Dauer eures Rauchs verdoppelt, also statt einer Stunde, zwei Stunden. Rauchbegegnungen, Käfer-Pokémon, die folgenden Pokémon werden von 11 bis 12, von 13 bis 14 und von 15 bis 16 Uhr vom Rauch angelockt. Raupi, das ist das Beste, Honliu, Pinsir, Yanmar, Waumpel, Reislaus, Reislaus nicht als Shiny, alle anderen als Shiny, mit etwas Glück auch Arakwa und Sichlor. Wer noch kein Shiny Arakwa hat, ist noch relativ neu im Spiel als Shiny erhältlich, könnte sich da vielleicht eins sichern, Sichlor müsste als Shiny sowieso erhöht sein. Ich würde sagen, sammelt ein gutes Pinsir noch, hol durch die Pinsir-Mega-Entwicklung, das ist auf jeden Fall ein sehr cooles Pokémon. Er sammelt Raupis, Raupi muss auf jeden Fall gepusht werden. Rauchbegegnungen, Gift-Pokémon. Das wechselt sich also ab, es fängt mit Käfer an, eine Stunde, dann kommt eine Stunde Gift, dann eine Stunde Käfer, eine Stunde Gift, eine Stunde Käfer, eine Stunde Gift. Das ist halt sechs Stunden lang, also immer dreimal Käfer, dreimal Gift. Bei Gift, von 12 bis 13, 14 bis 15, 16 bis 17 Uhr habt ihr Rethan, Zubat, Schlupuk, Skungapu, Glibungel, Algit, mit etwas Glück auch Unratütox und Alola Slimer. Rethan, brauche ich jetzt noch den Pokedex-Eintrag von Adobok, glaube ich. Ansonsten, hä, finde ich die Spawns eigentlich, naja, wer braucht schon Gift-Pokémon? Wenn ihr ein Bibor habt, weil Bibor, das ist doch auch hier oben dabei, Hornliu, kriegst du als Käfer, nutzt es aber am besten dann als Gift-Pokémon, Mega-Bibor oder so, oder eben auch als Mega-Käfer und wer braucht schon irgendwas anderes? Also ich sehe keinen Verwendungszweck für das andere ganze Geprunsel hier, wenn es einen gibt, schreibt es mal rein. Es gibt Event-Boxen, es gibt Pokémon bei Feldforschungen, bestimmte Feldforschungsaufgaben, um Käfer-Gift-Pokémon zu fangen. Man kann weiteren Pions-Gora begegnen, es gibt Belohnungen wie Staub, Hyperbälle und mehr. Also, ihr habt schon wieder im Fan-Chat gesehen, dass manche gesagt haben, langweiliges Event braucht kein Schwein. Wer noch keinen Pions-Scorer hat, solltet die Chance trotzdem nutzen. Wer eins hat, der macht halt einfach mal den Rauch an, nehmt halt einfach was mit. Wenn ihr in der Gruppe unterwegs seid, spielt ihr sowieso, habt Spaß, aber ansonsten, keine Ahnung. Mal gucken, vielleicht könnte ich sogar raus und eine Stunde Rauchtag streamen, so wie am Sea-Day, aber nicht sechs Stunden, sondern so muss ich gucken, wie es in den Kalender passt hier. Man hat ja jetzt viel zu tun. Wie gefällt euch das? Habt ihr Bock da drauf? Werdet ihr den Rauchtag spielen? Was sind eure Ziele am Rauchtag? Theoretisch gibt es ja nichts Neues. Trotzdem war es das jetzt von meiner Seite aus. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder bis dahin. Peace out, Vorhaut, euer Ramses.